Hallo, mein Name ist Benjamin Hassan und ich stehe 1300 in der Weltrangliste. Ich bin Cedric Marcel-Stebel, ich bin Nummer 167 der Welt. Servus Leute, mein Name ist Daniel Masur, aktuell Nummer 235 der Weltrangliste. Und ihr seht mich hier bei den Koblenz Open. Mit Kameis Videoproduktion. Untertitelung. BR 2018 Interessante Spiele, Spannung pur, enge Matches, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht bis jetzt. Insgesamt muss ich sagen hervorragend, für Koblenz eine fantastische Sache. Und für alle Tennisspieler hier aus dem Bereich, das ist super. Sehr schön, ganz toll organisiert, erstklassiges Tennis und auch so kleine Veranstaltungen, ja das hat was, da ist man auch so direkt nah dabei. END. END. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich fand es großartig, sind sehr froh, dass es das hier bei uns in Koblenz gibt Und wir haben ja gute Chancen, dass es nächstes Jahr wiederkommt Und da kann ich nur sagen, toi, toi, toi Das zieht auch in die Breite, einfach zu sehen, was Tennis für ein toller Sport ist Und das haben wir heute beim Endspiel in der größtmöglichen Form erleben können Ein sehr enges Match, sehr dynamisch, wahnsinnig schnell und hochkonzentriert Also für mich als kleiner Amateurspieler war das heute eine Lehrstunde der besonderen Art Und es hat eine Menge Spaß gemacht und die Leute lächzen fast danach, dass es wiederkommt Und auch die Helfer hatten eine Menge Spaß hier Und es hat rundherum eigentlich alles gepasst